Hier ist Luana und heute gibt es ein Wer's bringt, gewinnt Video. Viel Spaß! Wie viele Zentimeter sind 10 Dezimeter? Bringe mir einen Schnürsenkel, der mindestens so lange ist. Minuten. Der mindestens so lange ist. Ähm, Entschuldigung, wir spielen gerade um ein bisschen Geld und ich bräuchte eventuell einen Schnürsenkel. Geht das? Soll ich dir helfen? Es geht auf Zeit. Kannst du nebenbei auch noch ausprobieren, ob du da in uns aufkriegst? Was habe ich überhaupt getragen? Nach dem Schürsenkel. Ja, wie lange ist? Scheiße! Super lieb von euch! Wie heißt dein Grundschullehrer? Mein Grundschullehrer. Das war Andrea. Vielen Dank! Was soll ich denn da hin? Ihr kriegt den gleich wieder! Was haben wir hier? Zeit habe ich kurz angehabt. Ja, 10 Dezimeter sind 100 Zentimeter, ist ein Kilometer. Keine Ahnung. Ja, super. Wie heißt dein Grundschullehrer? Frau Dummergalski. Ja. Was? Frau Dummergalski. Spielen wir weiter? Oder hören wir auf Frau Dummergalski? Ja, wir spielen weiter. Wir spielen weiter. Ja gut. Ja, wir spielen weiter. Und weil sie viel Spaß gemacht hat, bleiben wir hier. Dieses Video wollte ich machen, weil es sehr cool ist. Viel Spaß! Es geht um Zeit. Vielen, vielen Dank. Willkommen zurück. Es ist alt oder wenn man so ein bisschen um die Ecke denkt, ist es auch Wasser im ersten Aggregatzustand. Das ist ein bisschen aufgepasst, ein paar Dummergalski, ne? Ja, das ist immer geil. Ja, das ist auch. Hier ist meine Hand. Wenn ihr jetzt das Geld da drauf legt, heißt das, wir zocken. Wir zocken. Wir zocken oder wir zocken? Ja, das zocken tun wir immer, wenn ich traue. Aber jetzt zocken wir. Ich habe keine Handeladekabel. Ich habe eine Ladekabel, oder? Nein. Verdammt, ich auch nicht. Ich hatte nur eine Ladekabel. Das wächst ja dann wieder, ne? Ja. Was ist denn los? Entschuldigung, es geht von mir um Geld auf Zeit. Ich frage mal, kannst du ein Handeladekabel lassen? Nein, nein. Okay, danke schön. Entschuldigung, hat einer von euch ein Handeladekabel, was ich ganz kurz nur da vorne hinbringen könnte? Und jetzt habe ich meine Handeladekabel, eine Minute gebraucht. Ich gehe ja schon wieder total aus auf Pusten. Anstrengend. Anstrengend? Aber jetzt ist was los. 400 Euro. Ich freue mich, dass mir 400 Euro ist. Vielen Dank. 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 Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Hier war Lulu Crazy. Bye, bye.